Ankerplatz voraus! Langsam Backbord! Klar machen zum Einholen der Segel! In meinem ersten Checker-Tour-Bikino-Film wird's richtig abenteuerlich. Ich bin in Indien, in Vanuatu, in Grönland und in Tasmanien. Alles dreht sich um eine Flaschenpost und ein geheimnisvolles Rätseln. Blicke ins Herz der Erde, wecke den Bären mit acht Beinen, lies im Gedächtnis der Welt, sammle den wertvollsten Schatz Indiens und du wirst das Geheimnis unseres Planeten lüften. Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. Eine spannende Abenteuerreise rund um die Welt. Meine Suche führt mich in den Urwald. Zu Menschen, die auf einer Vulkaninsel leben. Und ich wage mich mit Forscherin Ulla bis zum Krater vor. Das ist der Willkommensgruß für dich vom Vulkan. Alles Leben ist in mir entstanden. Biologe Ulli nimmt mich mit in den größten Lebensraum unserer Erde. Es geht um Tiere, die sogar im All überleben. Um die Geschichte unserer Welt. Um Wissenschaftler, die im ewigen Eis die Zukunft der Erde erforschen. Das macht der Megaboss. Und eben um den größten Schatz Indiens. Aber da kann ich mich gar nicht bewegen. Und die Lösung für das Rätsel, die gibt's im Kino. Ab 31. Januar. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 6.113